Na, mein kleiner Kinderkitz, wo willst du denn hin? Ah, lass ich... Oh, jojojojoj! Körperchen üben und da reinklettern? So, so! Da wollen sie immer alle rein. Und du auch? Hallo, hallo! So, ihr seid mir schon ein paar Chaoten. Ja, wunderbar. Okay. Angekommen? Das war der Plan? Nimmst du den Fuß auch noch mit? So, naja, gut. Dann weiß ich ja, wo du jetzt zu finden bist, ne? Möchtest du da ein bisschen alleine bleiben? Ja? Sitzen, rumkuscheln, machen, tun? Okay. Viel Spaß, mein Schatz!